KSL NRW präsentiert Barrierefreie Kommunikation Video 1 von 5 Für eine barrierefreie Kommunikation Hörbeeinträchtigungen Gehörlosigkeit Das ist Larissa. Larissa ist gehörlos und benötigt eine barrierefreie Kommunikation, damit sie sich mit anderen unterhalten kann. Ihr neuer Nachbar Jonas hatte noch nie Kontakt mit Gehörlosen und wüsste gerne, welche Möglichkeiten es gibt, barrierefrei zu kommunizieren. Barrierefreie Kommunikation bedeutet in erster Linie, auf die verschiedenen Kommunikationsbedürfnisse von Menschen einzugehen. Grundsätzlich sind dabei drei Prinzipien maßgeblich, die auch Jonas und Larissa dabei unterstützen können, eine gleichberechtigte Unterhaltung zu führen. Informationen müssen so übermittelt werden, dass mindestens zwei der drei Sinne Sehen, Hören oder Fühlen angesprochen werden. Informationen sollen möglichst einfach und verständlich kommuniziert werden. Kommunikationspartner begegnen sich auf Augenhöhe und respektieren sich in ihrer individuellen Vielfalt. Jetzt weiß Jonas, was das Wichtigste für ein Gespräch mit Larissa ist. Als Jonas seine Nachbarin vor dem Wohnhaus trifft, möchte er sich endlich offiziell bei ihr vorstellen. Um das Gespräch zu beginnen, tritt Jonas winkend vor Larissa, um auf sich aufmerksam zu machen. Da sie ihn nicht bemerkt, kann Jonas Larissa vorsichtig antippen. Während des Gesprächs achtet Jonas bewusst darauf, klar, verständlich und in einem angemessenen Tempo zu sprechen, um Verständigungsprobleme zu vermeiden. Zusätzlich können Kaugummis oder Zigaretten das Lippenlesen erschweren. Auch der Blickkontakt, den die beiden aufrechterhalten, unterstützt das humorvolle Gespräch. Jedoch können fahrende Autos auf der Straße die Lärm verursachen, die Kommunikation bei Leuten mit Schwerhörigkeit stören. Damit auch Jonas sich besser konzentrieren kann, fragt Larissa, ob sie das Gespräch im Hausflur weiterführen möchten. Um bessere Lichtverhältnisse auf dem dunklen Flur zu schaffen, drückt Larissa auf den Lichtschalter. So kann sie die Mimik und Gestik von Jonas gleich viel besser wahrnehmen. Larissa macht Jonas zunächst mit dem Fingeralphabet vertraut und informiert ihn darüber, wo er hilfreiche Gebärdensprache oder Schriftdolmetscherleistungen erhalten kann. Nach diesem Gespräch merken die beiden, dass sie sich super verstehen und planen später gemeinsam zum Straßenfest zu gehen. Vor der Verabredung lernt Jonas das Fingeralphabet, um Larissa später zu zeigen, dass er bereits viele Wörter buchstabieren kann. Smartphones und Übersetzungs-Apps bieten ebenfalls eine gute Möglichkeit zum Schreiben von kurzen Texten. Außerdem bereiten die beiden Kommunikationskarten vor, damit eine Unterhaltung auch beim Tragen einer Maske möglich ist. So schaffen die beiden die besten Voraussetzungen für eine barrierefreie Kommunikation, die Menschen in einer inklusiven Gesellschaft verbindet. Video 2 von 5 Für eine barrierefreie Kommunikation Sehbeeinträchtigungen, Blindheit Das ist Michel. Michel ist blind. Heute hat er geplant, in eine benachbarte Stadt zu reisen, um dort an einer barrierefreien Stadtführung teilzunehmen. Bei einer barrierefreien Stadtführung wird auf die verschiedenen Kommunikationsbedarfe aller Teilnehmenden eingegangen. Barrierefreiheit beginnt für blinde und sehbehinderte Menschen jedoch schon vor der eigentlichen Veranstaltung. Die dazugehörige Homepage ist barrierefrei erstellt, sodass Michels Screenreader alles problemlos vorlesen kann. Auch die Bilder auf der Homepage haben einen Alternativtext, sodass Michel sich anhören kann, was dort zu sehen ist. Bei der Anmeldung gibt Michel an, dass er blind ist und bekommt sofort eine detaillierte Wegbeschreibung zum Treffpunkt geschickt. Auch während der Stadtführung wird ein Audio-Guide eingesetzt, der per Audio-Deskription, also in Form einer akustischen Bildbeschreibung, alles kommentiert, was die anderen Teilnehmenden visuell wahrnehmen. Auch das Miniatur-Rathaus, welches als Tastmodell auf dem Vorplatz steht, unterstützt dabei. Wenn der Guide Tarek in eine Richtung zeigt oder den Kopf schüttelt, sagt er immer dazu, was er gerade macht, sodass Michel den Anschluss nicht verliert. Damit Michel auch den Fragen und Erklärungen der anderen Gruppenmitglieder optimal folgen kann, nennen sie vor jedem Redebeitrag kurz ihren Namen. Begleitet wird Michel von seinem blinden Führhund, der die Aufmerksamkeit einer Hundeliebhaberin auf sich zieht. In diesem Fall muss Michel die Frau darauf hinweisen, seinen blinden Führhund nicht zu streicheln, da der Hund gerade konzentriert arbeiten muss. Beim Aufstieg werden die Stufen unregelmäßig und eine Teilnehmerin bietet Michel an, ihn zu führen. Er findet es gut, dass er gefragt und nicht einfach angefasst wurde. Plötzlich ruft Tarek, dass Michel bitte stehen bleiben soll. Michel bleibt sofort stehen und wartet ab. Tarek weist ihn darauf hin, dass sich vor ihm die Säule eines Torbogens befindet. Mit dieser detaillierten Warnung und Beschreibung ist die Gefahr gebannt und Michel stößt sich nicht. So wird die barrierefreie Stadtführung für Michel genauso cool wie für alle anderen. Video 3 von 5 Für eine barrierefreie Kommunikation Hörsehbeeinträchtigungen Taubblindheit Das ist Alina Alina ist hörsehbehindert und leitet bereits seit einigen Jahren einen Bastel-Workshop, der im Rahmen des Nachmittagsprogrammes einer weiterführenden Schule stattfindet. Um sich während des Workshops reibungslos unterhalten zu können, benötigt Alina eine barrierefreie Kommunikation. Darum lernen alle teilnehmenden Kinder die wichtigsten Grundlagen für eine barrierefreie Verständigung mit Alina. Alina bringt den Teilnehmenden des Workshops bei, wie sie einen Drachen bauen können und worauf sie dabei genau achten müssen. Nachdem die Kinder voller Vorfreude mit dem Basteln begonnen haben, tastet Alina einige der Drachen ab und erkennt so ganz einfach potenzielle Fehler. Alina wiederholt geduldig die Anweisungen und gibt der motivierten Gruppe weitere hilfreiche Tipps. Bei Fragen kommen die Kinder selbstverständlich auf Alina zu und machen durch ein leichtes Antippen auf ihren Arm auf sich aufmerksam. Bevor sie mit dem Sprechen beginnen, warten sie, bis Alina den Blickkontakt mit ihnen aufgenommen hat. Die Fragen werden laut und deutlich formuliert. So kann Alina alles verstehen und gezielt antworten. An diese Regeln erinnert Alina die Teilnehmenden, indem sie auf das Informationsplakat hinweist, das im Klassensaal hängt und die wichtigsten Tipps zum Ansprechen einer hörsehbehinderten Person auch für Kinder mithilfe von Bildern visualisiert. Da Alina jedoch nicht immer weiß, wer sie gerade angetippt hat, vermittelt ihre Taubblindenassistenz den Namen des Kindes über das Lorm-Alphabet. Dabei handelt es sich um eine Art Tastsprache, bei der der Sprechende die Handinnenfläche des Lesenden mit tippenden, streichenden oder trommelnden Bewegungen berührt, um so bestimmte Buchstaben auszudrücken. Alina vermittelt den Kindern das Lorm-Alphabet bereits seit Beginn des Workshops und gibt ihnen die Möglichkeit, sich spielerisch auch untereinander auf diese Weise zu verständigen. Zudem bereitet Alina einige Kommunikationskarten vor, die bei einer erhöhten Lautstärke und beim Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes eingesetzt werden können, um wichtige Hinweise zu vermitteln. So trägt Alina zur Aufklärung und Sensibilisierung junger Menschen bei und schafft gemeinsam mit den Kindern ein tolerantes Umfeld. Video 4 von 5 Für eine barrierefreie Kommunikation – körperliche Beeinträchtigungen Das ist Malaika. Malaika sitzt im Rollstuhl. Sie leitet das zehnköpfige Team eines lokalen Catering- und Eventdienstleisters. Als Teamleiterin legt sie bei all ihren MitarbeiterInnen Wert auf eine gleichberechtigte und barrierefreie Kommunikation. Was das bedeutet, erklärt sie ihrem neuen Mitarbeiter Marco. Um barrierefrei kommunizieren zu können, muss auf die verschiedenen Kommunikationsbedürfnisse von Menschen eingegangen werden. Als Malaika ihren neuen Mitarbeiter Marco begrüßt, bittet sie ihn, sich zu setzen, damit sie sich beide von Anfang an auf Augenhöhe begegnen können. Nachdem Malaika ihm die wichtigsten Arbeitsabläufe erklärt hat, entscheiden sie sich für einen Rundgang durch die Räumlichkeiten des Unternehmens. Marco fällt dabei schnell auf, dass es im gesamten Gebäude zahlreiche Sitzmöglichkeiten gibt. Diese hat Malaika eingerichtet, damit sie sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen zu jedem Zeitpunkt gleichberechtigt unterhalten kann, ohne dass der eine auf den anderen herabschauen muss, was für beide sonst eine unangenehme Situation schaffen könnte. Auf dem Hofplatz beobachtet Marco den Lieferwagen, der gerade mit Eventmobiliar auf das kommende Stadtfest beladen wird. Dabei wundert er sich, dass kein einziger Stehtisch eingeladen wird. Malaika erklärt ihm, dass der Veranstalter sie darum gebeten hat, das Event barrierefrei auszurichten. Dazu gehört neben der Berücksichtigung von baulichen Barrieren wie Treppen, die durch mitgebrachte Rampen überwunden werden können, auch die Auswahl geeigneter Tische, damit Menschen im Rollstuhl nicht ausgeschlossen werden. Marco bedankt sich für den interessanten Rundgang. Doch eine Frage beschäftigt ihn noch. Für welche Aufgaben ist eigentlich der Kollege zuständig, der ihnen während des gesamten Rundgangs nicht von der Seite gewichen ist? Daraufhin erklärt Malaika, dass es sich hierbei gar nicht um einen Angestellten des Unternehmens selbst, sondern um ihren persönlichen Assistenten handelt. Dieser begleitet sie durch ihren Alltag, um sie bei größeren körperlichen Herausforderungen zu unterstützen. Ansonsten hält er sich dezent im Hintergrund. Malaika und Marco haben verstanden, wie man ein inklusives Arbeitsumfeld schafft, in dem auf die Bedürfnisse aller Mitarbeitenden eingegangen wird. Video 5 von 5 Für eine barrierefreie Kommunikation Andere Lernmöglichkeiten Das ist Ricardo. Ricardo ist ein Mensch mit anderen Lernmöglichkeiten. Doch was bedeutet das eigentlich? Menschen mit anderen Lernmöglichkeiten ziehen diese Bezeichnung oft vor und lehnen Begriffe wie Lernbehindert, Geistigbehindert oder Menschen mit Lernschwierigkeiten meist ab, da diese häufig zu fremdbestimmten Einstellungen und Vorurteilen führen. Ricardo braucht eine barrierefreie Kommunikation. So kann er sich leichter mit anderen Menschen unterhalten. Als Ricardo neu in die Fußballmannschaft kam, wusste niemand, wie man barrierefrei kommuniziert. Ricardo ist einer der besten Spieler in der Fußballmannschaft. Deshalb braucht ihn seine Mannschaft bei dem wichtigen Abschlussspiel. Durch Ricardos Leistung kann die Mannschaft den Aufstieg schaffen und danach in einer höheren Liga spielen. Vor dem Anpfiff trifft die ganze Mannschaft in der Kabine zusammen. Sie besprechen die Taktik, damit sie das Spiel gewinnen können. Ricardos Trainer bemüht sich um eine einfache Sprache und vermeidet Fremdwörter. Er spricht die Sätze ruhig und verständlich. Und er spricht in einem gleichmäßigen Tempo. Durch offiziell zertifizierte, leichte Sprache und dazu gehören auch unterstützende Bilder, können Menschen mit anderen Lernmöglichkeiten am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Ricardos kann sich darauf verlassen, dass ihm Fachbegriffe oder schwere Wörter von seinen Mannschaftskameraden erklärt werden. Deshalb versteht Ricardos die Taktik. Er kann sie ausführen und schießt im Spiel mehrere Tore. Bei der Aufstiegsfeier wird Ricardos von seinem Vater unterstützend begleitet. Aber auch hier achten die Mannschaft und das Trainerteam darauf, dass sie nicht mit seinem Vater über, sondern mit Ricardos selbst sprechen. Die direkte und barrierefreie Kommunikation in einfacher Sprache ist wichtig für Ricardos Akzeptanz und sein persönliches Selbstbewusstsein und damit auch für den Erfolg der Mannschaft. Um ihren Sieg zu feiern, besuchen Ricardos und seine Mannschaft spontan das Straßenfest, das gerade ein paar Häuser weiter stattfindet. Hier treffen sie gleich auf ein paar bekannte Gesichter aus der Nachbarschaft und kommen dank barrierefreier Kommunikation sofort miteinander ins Gespräch. Weitere Informationen finden Sie im Wegweiser Barrierefreiheit.